Ich glaube an die Sünde. Wie könnte ich nicht nackern, was ich getan habe? Leutnant Gerstein. Herr Hitler. Herr Hitler, ich heiße General Wirt. Willkommen in Belzec. Leutnant Gerstein, das ist Oberst Oberhauser. Leutnant Gerstein ist Leiter der Desinfektionsabteilung. Er hat die Wasserfilter für die deutschen Truppen erfunden. Sie waren Mitglied der NSD-Apär. Der Leutnant liefert Zyklon B für das Aktion T4-Programm. Sagen Sie, was haben Sie Ihnen von T4 berichtet, als Sie in Berlin waren? Ich bin Wissenschaftler. Ich kann nicht behaupten, dass ich viel über diese Militaborgung weiß. Ach so. Dann freuen Sie sich daran. Ich bin nicht nur in Berlin aus. Auf printers war. Ich weiß, ich bin nicht nur in Berlin. Der Leutnant Gerstein. Danke. Was denken Sie daran? Es waren Tausende. Was ist mit dem restlichen Gas? Ich habe es vergraben. Mein Gott Kurt, du bist ein toller Mann. Du kannst es beheben. Bist du nicht die Format? Informier die Adiierten. Wozu? Niemand wird so eine Geschichte glauben. Wenn du mir nicht hilfst, muss ich es erinnern. Was wirst du machen? Du kannst es nicht beenden indem du Gas-Kranister vergräbst. Kurt. Du musst vergessen was du gesehen hast. Ich bin entspannt, Herr. Aber dieser Mann sagt, er ist ein SS. Und er hat viele Informationen. Du kannst es nicht beendet. Du kannst es nicht beendet. Du kannst es nicht beendet. Ich glaube an die Sünde. Wie könnte ich nicht nackern, was ich getan habe? Aber in diesem Bericht schreiben zu können, muss ich auch keine Lösung haben. Das ist alles, was ich habe. Du kannst es nicht beendet. Du kannst es nicht beendet.